Hallo ihr Lieben, ihr schaut gerade Ensthal TV. Ich bin der Antonia aus Tirol und wie immer auf Wintertour. Und diesmal bin ich immer sonntags in Schladming um 17 und um 23 Uhr in der Hohenhaustenne. Die Hohenhaustenne ist die größte Skihütte Europas. Die Einheimischen wissen das natürlich, aber wenn ihr gerade auf Urlaub seid, kommt vorbei am Sonntag um 17 und um 23 Uhr. Eure Antonia. Hallo, grüß euch. Ich bin der Jona aus der Tenne und ich stehe heute das Programm für den 1. Februar vor. Und zwar beginnt der Markus Becker um 17 und um 23 Uhr. Eintritt ist frei. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut. Hallo liebe Zuschauer von Ensthal TV, hier ist euer Olaf Henning. Für euch bin ich ab sofort jeden Montag in der Schladminger Tenne, 17 Uhr und 23 Uhr. Das heißt, Eintag Henning mit euch, mit mir. Ich freue mich drauf. Tschüss.